Gesunder Schlaf ist für das allgemeine Wohlergehen unverzichtbar. Das Zentrum für Schlaf- und Wohngesundheit Sallerberger in Bischofshofen hat es sich zur Aufgabe gemacht, für ihre erholsame Nachtruhe zu sorgen. Nach einer eingehenden Analyse ihrer Schlafgewohnheiten finden die ärztlich geprüften Schlafberater das für sie optimale Schlafsystem. Dabei kann das Schlafzentrum neben einem Matratzensimulator auf ein breites Sortiment an unterschiedlichen Betten, Matratzen und Naturbettwaren zurückgreifen. Zudem verfügt das renommierte Familienunternehmen über ein eigenes Bioenergetik-Institut. Dort wird sowohl im Berufsumfeld als auch in den eigenen vier Wänden möglichen Erdstrahlungen, Elektrosmog und Schadstoffen nachgespürt, sodass anschließend entsprechende Lösungen mit der MEMON Umwelttechnologie installiert werden können. Das Zentrum für Schlaf- und Wohngesundheit Sallerberger für ein erholsames Schlaferlebnis und ganzheitliches Wohlbefinden.